Musik Wir fliegen jetzt los und landen gleich bei euch in Kipstrell. Musik Musik Also aus dem Flugzeug zu springen ist einfach sensationell. Mit menschlichen Mitteln fliegen zu können, das ist einfach etwas, was jeder unbedingt mal probieren sollte. Und ich habe das jetzt schon über 5.300 Mal gemacht. Ich bin immer noch fast wie am ersten Tag begeistert von der Idee, aus dem Flugzeug zu fallen. Früher habe ich sehr viel für Lotto, was die Luft anbetrifft, die Luftsprünge anbetrifft, unternommen. Bei Fußballspielen bin ich zum Beispiel runtergekommen. Jetzt zur Zeit sind es mehr Charity-Veranstaltungen, wie zum Beispiel hier heute in Kipstrell, wo ein Blutspendetermin stattfindet. Die Zusammenarbeit mit Lotto ist mir einfach auch wichtig. Nicht zuletzt auch, weil Lotto einer der großen Sponsoren ist, auch vom Deutschen Roten Kreuz. Hier gibt es ja eben auch Mittel von der Lotto-Gesellschaft. Und aus diesem Grunde, finde ich, ist es eine wunderbare Symbiose.